meine lieben mitzockern mitzockerinnen hier ist wieder eine toga aus brot und wir spielen hier ein bisschen agrarian skies auch bekannt als skies related mit dem guten kinsey und ja wo ist er denn da hinten ist er an seinem tower fleißig anbauen mir ist gerade in diesem moment die idee gekommen hey kinsey du brauchst ein jetpack dann kannst du richtig schön machen und das werde ich heute mal in angriff nehmen das ist mir gerade wirklich was ist gerade ein jetpack was meinst du soll ich die ender ender dings version machen mit mit ender ingnotts zehn millionen speicher kapazität und dass wir kurz gucken wir jetzt nur hier heißen die auch jetpack oder sie anders ich glaube die heißen auch jetpack naja die heißen jetpack du meinst den resonant jetpack ja aber das glaube ich ein bisschen dafür brauchst du du brauchst immer den vorherigen jetpack um ein ja ich weiß fertigen zu machen hier brauchst du den ganzen jetpack vorher ach nee stimmt gar nicht das stimmt gar aber menschen angegriffen hast du den fall dass du aufpasst nee aber ich war gerade was kommt dann haben was ist das hinter dir da kommt irgendwas hinter dir auch was blöder ach das ist nur ein zombie aber ein angry zombie ey sag mal Kinsey was machst du denn da für eine scheiße ich glaub ich glaub ein paar monster sorry ähm ja jetpack, 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 jetpack ich brauche ja was hast du denn für eins und wie viel kann das speichern ich hab den allerersten der kann 25.000 redflux leadstone heißt das ganze nehmen ist das nicht das ding was in die luft gehen kann nein gut naja dann mach du mal ich mache auch den ersten der reicht völlig aus jetzt jetzt ich gehe mal direkt noch eierbobo machen damit meine meine bienchen arbeiten können die ganzen kacken monster drauf gehaden jetpack was muss ich denn hier wir sind dann die rezepte hier in war und hier braucht man zwei thruster ach bei feed the beast light ist das alles noch ein bisschen anders ok ach so du meinst du kennst das nur von feed the beast light ich habe jetzt auch eine 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 dingsbums eine eine karte von agrarianskies ja habe ich jetzt hier ich habe jetzt die ja die rezepte hier natürlich in agrarianskies drin das ist echt doof dass die ganzen modpacks verschiedene rezepte haben ja das ist ja viel aufwändiger zwei steam deiner muss ein pneumatik servon copper kia ich mache mir auch nur ein leadstone habe ich dir doch gesagt ja ich weiß jetzt was du meinst ok ist doch ganz einfach ich mache ganz schnell ja weil ich ja weil ich ja so andere rezepte kenne nicht dieses kein körper mehr doch wir haben körper haben wir haben wir haben sogar copacabana copacabana aber da brauche ich jetzt ja vier konnte ich da überhaupt nicht hin man kakaobohnen eigentlich mit bonemiel ja kann man sehr schön manchmal ein bisschen kakao ich muss mir erst mal wieder umgewöhnen auch kein iron ich muss jetzt mal wieder umgewöhnen von deutsch auf englisch hier weil feed the light was ich zurzeit privat spiel ist habe ich auf deutsch naja ja dass das war gestern bei mir auch ein schönes problem ich habe ja gestern neues projekt angefangen auch minecraft wieder ja mit dem guten titus dem pacoidra dann auch der snooze und wie war der andere name noch jetzt fällt mir genau ein name nicht ein peinlich peinlich schön dass du eine aufnahme sagst ja ich entschuldige mich vielmals aber der namen ist mir gerade entfallen auf jeden fall ein minecraft projekt ja winterzeit heißt das ganze da bin ich ja mal gespannt warum geht das so nicht was so gemacht kakao wie es doch close down cover will ich behalten close down die dinger müssen neu sein wahrscheinlich oh ja ich brauche ich auch noch ein das ich brauche ich mir da schon wieder weh ich bin es nein bekomme ich schaden warum bin ich ach so die tropical bees haben mich gepiext habe ich ein hammer hast du schon haben in meiner hose jan den brauche ich nicht oder soll ich damit halte ich bin vergiftet ja das ist verkehr ich werde sterben ich werde sterben ist ohne scheiß ich habe von bienenstich wie lange bist du denn vergiftet ich habe noch eine herz ein halbes ich bin tot ich sollte mir wenn ich zu den bieten gehe vielleicht eine eimer milch mitnehmen das ganze ist was da wird man nicht mehr vergiftet wenn man das trinkt milch entgiftet also weil da fader sachen gibt es hier ist noch ein precision sledgehammer den kann ich nicht gebrauchen hier ist übrigens noch ein scoop in der kiste ok ja ich habe ja diesen den comic scoop der ist ein bisschen besser jetzt ist hier wo gib mir milch du sau manchmal ein stone hammer aus kabelsteuer ich habe jetzt echt gedacht ich sterbe an dem bienenstich bienenstich das ist schon vielen leuten passiert ich rede von dem kuchen es ist eigentlich ein richtiger kuchen ist bienenstich ein kuchen ja oder ja bienenstich ist ein kuchen oder ist es eine torte nein es ist ein kuchen nein es ist ein kuchen nein es ist ein gehören es ist ein gehören sag mal weißt du dich überhaupt bienenstich ist da so knüppel so ok dann machen wir da noch 1 2 3 kakaoborn ja ich mach kakaoborn mach das kakaoborn kennst du den kennst du den hesschen geht zum bäcker und fragt hallo bienenstich sagt die verkäuferin ja sagt hesschen musst du selber raufte du bist so doof du bist so doof die hesschenwitze habe ich damals geliebt als kleines kind allerdings ach ja ja ich brauche kabel stein kann mir das mal wieder einer sagen vorher so hammer tut mir leid so ich mach mir noch mal ein hammer da habe ich insgesamt drei holz ist genug im keller ich gehe dann in den keller das geht ja das auch holz da sind auch 703 staaten über denke ich auch das müsste gerade so reichen für deine bedürfnisse und ich ist bei mir ein bisschen was war das monster was ist ein monster jerky du fragst mich doch in der einen küste hier naja gut ich muss mich beeilen wenn ich hier noch was schaffen will ein bisschen heißen 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 dann kann ich mir auch gleich ein bisschen blei mitnehmen ist bestimmt auch wieder alle um der rauern ein bisschen koppelte ich mich nicht mehr um nachdem blei hat man dabei acht stück ist das stück zwei stecken und zu wenig sie treuern zu wenig siehnen aus ein Bruder ohne ein es gibt es geht es geht genau hin wunderbar ich trete durch die Stau Ja, scheiß, die macht dann. Ey, der dreht wirklich durch. Hilfe. Der dreht einer total durch. Ich hab dann noch meinen Golden Bag of Holding gegen Platzprobleme. Meine Güte. Ist schon wieder keine Strings mehr? Gibt's ja gar nicht. Ja, was sollst du nur heute Nacht anziehen, ne? Ja, aber echt. Wie kannst du dich denn so blicken lassen ohne Strings? Das geht ja gar nicht. Okay, dann muss ich mal kurz mal da rein. Ich hör, nehm ich ne Spinne, oder? Ja. Ja, was ist ich da drin? Schere brauche ich erstmal nicht. Chris & Thema auch nicht. Builders. Oh, ne Spinne! Noch ne Schere? Juhu. Die hat getrobt. Sie hat getrobt. Und so. Und dann weiter geht's. Am liebsten würde ich das Broken Iron Ohr direkt in die Schmelze schmeißen. Bist du mir böse, wenn ich das mach? Hast du gerade Iron Ohr gebroken? Ist ja ekelhaft. Du bist mir nicht böse, wenn ich's direkt reinschmeißen und das mit dem Hammer überspringen. Ach, du machst das ja eh. Du machst das ja eh. Ja komm, wir haben's doch jetzt. Wir haben's doch. Was kostet die Welt? Weiß ich doch nicht. Ich hab nicht so viel Geld. You too money für den Arsch. Ja, aber ich da scheiß die Wand an. Nee. Nee, das hat nee. Oh, was machst du auch. Oh, da ist ja noch Iron Ohr ohne Ende. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hol's mir gleich mal ein paar Blöcke. Das Iron unten. Naja. Oh, da ist ja noch Kupalt. Eins, zwei, drei, vier. Schokoladefremme. Eins, zwei, drei, vier. Schokoladefremme. Nom, 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 nom. Lass jetzt meine Bienen in der Schokolade sich fortpflanzen. Oh, die will ich aber nicht vergessen. Oh, ich pikse nämlich nicht schon wieder. Oh, ich pikse nämlich nicht schon wieder. Au. 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 Schon wieder? Echt jetzt? Ja. Warum kann ich die Milch nicht trinken? Ich verarschen? Oh, oh. Ich muss nicht in Wasser springen. Oh. Was habe ich gemacht? Cool, das sieht voll gut aus. Aber du hast das Wasser gelöscht. Ich habe einen Milchbad. Wie zu hell habe ich das? Man kann Wasser mit Milch löschen? Oder war hier sowieso nichts drin? Ich weiß es nicht. Hast du da Wasser? Oh. Solltest du Wasser rausnehmen? Keine Ahnung, aber... Aber es ist gut zu wissen. Wenn das immer geht. Und vor allem sind diese Dinger hier unten weg. Ja. Weißt du, diese... Die sind bestimmt im Hopper gelandet. Ach, die sind... Ja, die sind wirklich im Hopper. Warum? Ich will irgendwo einen Cleopatra-Bart machen. Du brauchst denn noch Honig? Ja, aber Honig kann man ja nicht da rein machen. Mh, heiße Milch mit Honig. Das wär ja was. Oh ja, so geil. Wuhu! Brauche ich gar kein Eisen. Ich brauche nur zwei, drei Eisen. Ich brauche viel Milch. Alter, wie weit fließt denn bitte schön Milch? Komm dir das lieber angucken. Wo bist du denn? Da bist du. Warte mal, sieben oder nicht? Äh, keine Ahnung. Also da wäre eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, genau wie Wasser. Warum? Was ist das? Wenn ich in Milch stehe, bekomme ich Haste. What? I don't know that. I didn't know that too. You know what I'm saying. I don't know that too. Ähm, ich brauche noch ferröses Metall. Wie kriege ich noch mal ferröses Metall? Wird auch mitgesiebt, oder? Not enough items ist dein Freund. Ähm. Oh, die Bienen haben aufgehört. Es fliegt sehr gut. Oh, der braucht aber lang. Ferris or Ferris Block. Ferris Ignit. Shapecrafting. Smelting. Pulverized Ferris. Nickel Grain Swat von Extra Bees. Da muss es aber doch noch mehr geben. Oh, oh, schnell weg. Die Peaks Bienen kommen wieder. Muss ich echt Iron, Or, oder Gravel, Or, oder Dust oder so sieben? Äh, Pulverized. Ja, wenn das da steht, dann wahrscheinlich, ja. Ach, nee. Und auch zehnprozentige Chance nur. Und ich brauche ein bisschen Invar. Okay. Doof, dass ich gerade alles in die Schmelze gepackt habe, bis auf fünf. Hm, ein Teufelskreis. Ich kann mir nochmal Wasser holen. Was heißt denn? Warum kann man denn hier eigentlich keine Milch trinken? Das ist doch nicht so. Was ist denn mit dem... Ach so, du hast den so eingestellt, dass der Dauer siebt, der Pulverizer? Was habe ich? Was habe ich? Du hast da eine Schleife eingebaut. Von der... Von Pulverizer zur Kiste. Ist aber inaktiv. Aber ich weiß nicht, ob der Pulverizer nachschiebt. Normal, ja. Ja. Ähm. 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 Was... Was brauchst du denn? Dust oder Gravel oder wie? Oder was? Nee, ich will Iron Ore Gravel crushen. Kann ich die Schleife kurz ausstellen? Was brauchst du denn? Invar. Sprich doch mal mit mir. Invar. Welches... Ob du Stone brauchst oder Gravel oder Sand oder Dust. Invar. Das möchte ich von dir wissen. Invar. Oh, dann sagst du mir halt nicht. Invar. Ich glaube, du kannst mir irgendwie nicht... Hast du mich nicht gehört? Welche von den vier Sachen brauchst du? Dust, Sand, Gravel oder Dust. Ich muss Iron Ore Gravel crushen, damit ich's krieg. Deswegen muss ich den frei haben. Alter. Verstehst du mich, ne? Hä? Reden wir völlig aneinander vorbei. Es gibt vier Sachen, die das Ding hier produzieren kann. Vier. Aber... Aber du sagst mir, du willst Iron Ore Gravel. Ja, nein, nein, ich will Iron... Doch, das gibt es. Mann, ich schmeiß es mal hin. Das Iron Ore Gravel, das will ich... Das will ich crushen. Das... Also pulverisieren. Warum? Damit ich Invar bekomme. Ja, dann mach halt. Dann mach ich die Schleife aus. Nein, mach's doch einfach direkt in den Pulverizer Slot rein und gut ist. Eigentlich hast du recht, ja, natürlich. Er schickt es ja nicht weiter. Oder er kann crush das ja nicht noch mal crushen. Kopfschmerzen. Ja, du hast ja recht. Meine Güte. Kopfschmerzen. Warum macht er jetzt nichts? Und du es wahrscheinlich an die falsche Stelle gemacht hast. Nee. Es geht nur an eine Stelle. Oh, sagst du. Hä? Mann, ja. Ferris, 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 Oh, so. Iron Ore, Iron Ore Gravel, Iron Ore Dust. Iron... Ore... Was? Nicht so schnell. Doch. Noch schneller. Iron Ore, 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 von Tinkers Construct. Äh. Der ist doch von... X-Nihilo, Iron Ore Gravel. Ja, 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 ja. Hä? Willst du mich jetzt... Iron Gravel, Iron Ore Dust? Ach so, ich brauche Dust. Another one bites the dust. X-Nihilo geht nur der Dust von. Geht auch normales Iron. Ähm, 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 doch normales Iron, hatten wir doch mal das Gespräch, dass das geht, oder? Werde ich gleich sehen. Atom? Ne, geht nicht. No, das R. Na gut, dann muss ich mir Dust machen. Ähm, dann brauche ich nochmal ein bisschen Iron. Du wolltest doch mal von mir in der letzten Folge Propolis haben, oder? War das nicht für... Für was war das denn, glaube ich nochmal? Die letzte Aufnahme ist schon wieder fast eine Woche. Naja, fast eine Woche ist übertrieben. Schon wieder ein paar Tage, ja. Einmal, ich muss mich mal angucken, was das ist. Pro, muss ja reichen. Was, ne? Pro, Polo? Propo? Pro, Polis. Da gibt's noch ganz, da gibt's ja ganz viele von. Hm. Von Forestry? Magic Bees. Ich mach mal, ich mach mal U. Ach so, ich muss jetzt Enter, Enter drücken und dann U drücken. So, du kannst dir übrigens deinen Bealizer, deinen Treealizer abholen. ich bekomme das möchtest ja ja du bist du hast ja dann bekommst du auch ein okay ich hole mir eben ein string übrigens wir haben noch strings ja aber ich habe mir jetzt eine schöne katze spinne geschlachtet okay weil hier in der in der pulverizer kiste ist eine welcher letztens wolle pulverisiert hat für so einer bist du ja ich kann glaube ich jetzt ganz viel abholen fünf was heißt wird an claim ja ich habe eine weile nicht ins roh ich habe das wird dich freuen wieso du hast schon eine kiste in einem zauberer dings wieso habe ich learning to skyblock angeblich nicht fertig vielmein lags vor kurz ach so woanders anlag der quests hell's kitchen habe ich nichts mehr steel powered flights da müssten eine eine reactor warm-up wenn wir das ganze morium holst du haben nicht ja auch kein fullhard gut gelingen wort die lorem kannst direkt in die kiste beim beim dings rein machen in die hintere bei diesen trießer hast du ja du bist ja richtig fleißig mit klar war meine güte analyzing bis einer reise russos okay wenn wir wort tropical hives soll ich topical hives nehmen brauchst du noch topical hives nö nö hol dir den den anderen topical habe ich genug okay die bienen werde ich dir auch gleich zustecken dann die auto nicht zustecken zu stecken möchte ich noch nicht so weit oben man bekommt für eine quest 16 elvary blöcke das praktisch weil die also scheiße schwer herzustellen sind die habe ich auch noch nicht abgeholt nehmen wir den europa grinst nicht so an okay ich glaube das war alles ging schon wieder wie in rum ich habe angst ja alle abgenommen alle ja alle beendet man nicht so viel hört gleich mal frezen hier ja was wir jetzt machen können die port flight da brauchen wir noch das cyanid gedöns bees and trees das kommt da ja egal oh zwei greater reward bags geile sache ich habe trotzdem marschi hives und tropical hives bekommen ok warte lasst du das ist doch auch gut aus uns handeln die bienen marscherie hives tropical hives chelurium ingwitz dahin du meinst beim reaktor die kiste ja und zwar die dahinter müsste das sein ja hast du sie gefunden ja das direkt angenommen ausgezeichnet dann machen wir uns hier noch ein paar bienen aber er kann keine energie mehr produzieren der ist voll ja ich weiß ich werde demnächst mal was dranhängen was energie braucht so und wir müssen die folge schon wieder beenden quatsch aber ich habe nichts geschafft ja und dann sage ich einfach mal bis Prozent nächstes mal wir würden uns freuen wenn ihr hier reinschaltet ansonsten macht's die jungen tschüss